Jetzt stehen wir direkt vorm Weißen Haus, da wohnt also Mr. Trump. Einen wunderschönen guten Morgen am 1. November 2019. Heute ist der Geburtstag, wir sitzen auf gebackenen Taschen in New York. Es geht auf nach Washington. Bis gleich. Tschüss New York, hallo Washington. Tschüss New York. Ja, sorry weiterhin für das defekte Mikrofon. Wir sind nun angekommen in Washington DC. Heute ist dieses Geburtstag und bei allerbestem Wetter wollen wir diese Stadt näher erkunden. Das Washing Monument seht ihr hier? Immer noch bestes Wetter. Vom Washington Monument aus hat man einen Blick auf das Weiße Haus, das Lincoln Memorial und auch auf das Kapitol. Es ist also der perfekte Ausgangspunkt, um alle Highlights fußläufig zu erreichen. Jetzt stehen wir direkt vorm Weißen Haus, da wohnt also Mr. Trump. Schönein Haus, da wohnt also seine Unser letztes Highlight des Tages, das Kapitol. Das solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr in Washington seid. Es war ein super schöner Tag in einer tollen Stadt mit sehr vielen interessanten Highlights. Jetzt wollen wir noch Lissis Geburtstag feiern und gemeinsam essen gehen. Wir sagen Tschüss für heute, morgen haben wir noch einen halben Tag in Washington, bevor es für uns schon wieder zurück nach Deutschland geht. Bis zum nächsten Mal.